Bedürfnisse der Benutzer In diesem Blog betrachten wir den komplexen Zusammenhang zwischen den Bedürfnissen der Benutzer und den Technologien, die wir bauen können. Menschen haben Bedürfnisse und diese Bedürfnisse können sie auch artikulieren. Aus diesen Bedürfnissen entstehen Ideen für Produkte und wenn wir Produkte bauen, befriedigen die typischerweise ein Bedürfnis, was Benutzerinnen und Benutzer haben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass bestimmte Technologien, neue Technologien auch neue Bedürfnisse schaffen. Wir werden uns genauer die Motivationstheorie von Maslow anschauen und den Task-Artefact-Cycle und geben dazu auch verschiedene Beispiele. Können wir nicht einfach den Benutzer fragen? Können wir fragen, was brauchst du, was sollen wir dir bauen? Hier gibt es ein Beispiel für ein Video. Und das ist so ein negativer Blick darauf, was passiert, wenn wir nur den Benutzer fragen, was er sich vorstellen kann. Ganz häufig sind es Ideen, die Personen vorher in Filmen gesehen haben, in Bücher gelesen haben, in Science Fiction gesehen haben. Und es ist ganz schwierig, von Benutzern wirklich deren Bedürfnisse herauszufinden. Also das reine Fragen des Benutzers ist sehr problematisch, weil eben das sehr stark von dem getrieben ist, was Benutzer schon gesehen haben und sehr häufig auch sehr unrealistisch oder sehr sehr mondän ist. Wenn wir es jetzt hier betrachten, die beiden Telefone, die wir hier sehen, wenn ich sie frage, wie können sie das Telefon verbessern, dann ist es sehr einfach, dass sie eben aktuelle Telefone können. Dieses Telefon hatte schon Tastatur, hatte eine Kamera, sogar mit einer Lampe, aber es hatte eben kein Touchscreen. Das heißt, es ist relativ einfach, aus dem Wissen im Nachhinein retrospektiv zu sagen, wie wir das verbessern können. Oder eben das DECT-Telefon, was wir hier sehen, naja, das ist eben kein Mobiltelefon. Das heißt, wenn wir im Nachhinein uns Produkte anschauen, ist es sehr einfach zu sagen, wie sich die verbessern lassen. Wenn wir aber aktuelle Produkte betrachten, ist es sehr schwierig, herauszufinden, wie die besser werden können. Das ist ein aktuelles Telefon. Was kann daran besser werden? Na ja, der Screen kann noch ein bisschen weiter rausgehen. Das heißt, dass eben die ganze Fläche Bildschirm ist, die Kamera kann ein bisschen besser werden. Vielleicht kriegen wir zwei, drei, vier Kameras noch dazu. Die Batterie kann etwas länger halten. Aber es sind alle Sachen, das sind kleine Schritte, die technologisch vorgezeichnet sind. Aber den großen nächsten Schritt, was die nächste Technologie ist, was die nächste technologische Revolution ist, die bekommen wir typischerweise nicht, wenn wir den Benutzer fragen, was er braucht. Wir können einen Schritt zurückgehen und einfach mal überlegen, was brauchen wir denn wirklich? Was braucht der Mensch wirklich? Und da kommt man dann relativ schnell zu solchen Büchern, Stay Alive, Überleben. Und da gibt es dann so Regeln, die Dreierregeln, drei Minuten ohne Luft, drei Tage ohne Trinken, drei Wochen ohne Essen, führt zum Tod. Die sind aber so fundamental, dass uns das zum Bauen von Technologien nicht richtig den nächsten Schritt gibt, nicht richtig weiterhilft. Trotzdem ist es interessant, die im Hinterkopf zu behalten. Was interessanter ist aus unserer Sicht, ist mal in die Psychologie zu schauen. Was motiviert Menschen? Und 1943 hat Maslow die Theorie der menschlichen Motivation veröffentlicht. Ein Aufsatz, in dem er auf fünf Ebenen der Motivation eingeht. Diese Ebenen werden häufig auch als Maslows Bedürfnispyramide bezeichnet. Die Bedürfnispyramide sieht so aus. Wir haben auf einer unteren Ebene unsere physiologischen Bedürfnisse. Wir müssen essen, wir müssen atmen. Auf einer Ebene darüber möchten wir uns sicher fühlen, wir möchten in einer Umgebung sein, die sicher ist. Eine Ebene darüber sind Beziehungen. Das heißt, wir möchten geliebt werden, wir möchten in Beziehungen sein. Eine Ebene wiederum darüber ist, dass wir den Respekt von unseren, von den Menschen um uns herum gerne haben und dass wir das haben. Und was aber die Pyramide sagt, solange ich keine Sicherheit habe, kann ich mich eigentlich nicht darum kümmern, den Respekt von anderen aufzubauen. Und dann auf der höchsten Ebene kommt eben Moral, Kreativität, Spontanität. Und das zeigt eben, dass diese Bedürfnisse aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn wir jetzt Technologien betrachten, können wir schauen, wo passen die rein. Und jetzt können wir ganz konkret ein Beispiel machen. Überlegen Sie, Instagram, Tinder, Google Maps, auf welche Ebene passen denn die? Pausieren Sie das Video kurz und überlegen Sie, auf welche Ebene diese reinpassen. Ich nehme mal Instagram. Instagram kann man sagen, das ist was, wo ich meine Beziehungen aufrechterhalte, wo ich Freundschaften baue. Also es ist auf der Love-Belonging-Ebene. Man kann auch sagen, ich mache das, um Ansehen zu bekommen von anderen, um Respekt. Das heißt, das wäre auf der Esteem-Ebene. Das heißt, im Nachhinein, wenn ich eine Technologie habe, kann ich die einordnen. Und gleichzeitig sagt das auch, diese Technologie ist für jemand, der schon die anderen Dinge im Leben hat, der also Sicherheit hat, der eben eine Umgebung hat, in der er sich sicher fühlen kann. Sonst würde er eben auf diese Ebene nicht gehen und würden diese Ebene ihn nicht ansprechen als Motivation. Was sehr ähnliches kann man natürlich auch aus den sieben Todsünden ablesen. Vielleicht etwas provokativer hier. Man kann sich überlegen, hier ist das Bild von Hieronymus Bosch, die sieben Todsünden. Und da gehört dann sowas dazu wie Eitelkeit, Geiz, Ausschweifung. Und wenn Sie jetzt mal durch Ihr Telefon durchschauen, welche Anwendungen das Sie drauf haben, können Sie die vermutlich zuordnen. Eitelkeit ist was sehr Einfaches. Instagram passt da sehr gut mit rein. Das heißt, menschliche Bedürfnisse, sind nicht was Neues. Das heißt, menschliche Bedürfnisse sind auch nicht grundsätzlich positiv, wie wir hier sehen bei den Todsünden. Aber sie sind ein Punkt, der uns motiviert. Jetzt gehen wir aber wieder zurück zur Wissenschaft, zur Mensch-Computer-Interaktion. Und 1990 hat John Carroll einen Aufsatz veröffentlicht zu dem Thema Task-Artefact-Cycle. Was er darin beschreibt, ist es, dass Menschen Bedürfnisse haben. Sie haben Bedürfnisse und Präferenzen. Wir entwickeln Technologien, um diese Bedürfnisse zu befriedigen und den Präferenzen gerecht zu werden. Und Menschen nutzen dann diese Technologien. Und wenn sie die dann auf einmal haben, dann kommen ganz neue Bedürfnisse. Also die Idee, die Design-Idee wird umgesetzt in ein Artefakt, in eine Anwendung, in eine App, in ein Produkt, in eine Webseite. Die Leute nutzen diese, erkennen neue Möglichkeiten, werden sie ihre Aufgaben erledigen. Das heißt, sie können auch neue Aufgaben erledigen. Und damit entstehen neue Anforderungen, wieder neue Design-Ideen. Und so geht es in einem Zyklus. Das heißt, er hat so formuliert, der Mensch artikuliert durch seine Aktivitäten Bedürfnisse. Wir bauen Artefakte, um auf diese Bedürfnisse zu antworten, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Durch diese neuen Produkte, durch das Design, entstehen neue Möglichkeiten, die dann wieder dazu führen, dass neue Bedürfnisse entstehen. Und das heißt, Bedürfnisse sind nicht statisch, Bedürfnisse sind dynamisch, die entwickeln sich mit den Technologien, die wir haben. Und hier ein Beispiel, Mobilität. Der Mensch möchte mobil sein, ist ein Grundbedürfnis. Und dann kam irgendwann die Entwicklung des Autos. Die hat aber dann auch dazu geführt, dass sich die Mobilität verändert hat. Und das hat dazu geführt, dass sich ganze Infrastrukturen verändert haben, wie wir das hier an den beiden Bildern sehen. Das sind zwei Stadtpläne. Und der eine ein mittelalterlicher Stadtplan, nicht für das Auto gemacht. Der andere im Zeitalter des Autos entwickelt, hier Milton Keynes. Also wirklich ein Design, das auf das Auto ausgelegt ist. Und was wir hier sehen, ist, dass wir haben ein Grundbedürfnis für Mobilität. Wir haben eine Technologie, die dafür entwickelt wird, um das Grundbedürfnis zu befriedigen. Jetzt ist es so, sobald die Technologie da ist, verändert sich unser Verhalten, weil wir natürlich neue Möglichkeiten haben. Mit dem Auto, wir konnten größere Strecken zurücklegen. Und damit verändern sich dann auch die anderen Möglichkeiten. Das heißt, es ist nicht in Isolation, sondern Bedürfnisse entwickeln sich aus der Technologie. Und das ist im Digitalen wie im Traditionellen. Jetzt eine Aufgabe für Sie. Überlegen Sie, wie unsere Kommunikation sich verändert hat. Menschen möchten kommunizieren und das Mobiltelefon ist eine Technologie, die erfunden wurde. Pausieren Sie das Video kurz und überlegen Sie, wie sich unser Verhalten verändert hat, welche neuen Bedürfnisse entstanden sind. Wie wir hier sehen, das Telefon, ein Mobiltelefon, hat uns in die Lage versetzt, von überall aus zu kommunizieren, also nicht nur von bestimmten Orten aus. Damit sind wir vernetzter geworden. Und das Telefon hat zum Beispiel jetzt eine Tastatur. Das hat dazu geführt, dass Leute was schreiben wollten. Und damit sind dann neue Anwendungen entstanden, neue Anwendungsfelder. Wie Telefone Kameras bekommen haben, ist die Möglichkeit entstanden, Bilder zu schicken. Und das hat dann auch wieder zu neuen Anwendungen geführt, was dann am Ende so Dinge wie Facebook, Instagram, Snapchat erst möglich gemacht hatten. Das heißt, wenn man 1995 mit den ersten Mobiltelefonen eine Idee gehabt hätte wie Snapchat oder Instagram, wäre die vermutlich zu früh gewesen, weil es das Bedürfnis noch gar nicht gab, weil sich das Bedürfnis erst mit dem Nutzen des Mobiltelefons über eine gewisse Zeit entwickelt hat. Bedürfnisse sind nicht einfach. Wir haben nicht nur ein Bedürfnis, sondern sehr häufig haben wir viele Bedürfnisse. Und die stehen im Konflikt. Das heißt, es lassen sich nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig befriedigen. Und in einem Design müssen wir in der Lage sein, Bedürfnisse gegeneinander abzuwägen. Ein Beispiel, Sie bauen einen neuen Messaging-Service. Und wenn Sie die Kunden fragen, die potenziellen, die Nutzer, soll der umsonst sein und soll er die Privatsphäre schützen, dann sagen die Leute, ja, ja. Also Sie möchten beides haben. Wenn Sie jetzt entscheiden, ja, ich mache den Dienst frei, aber ich verkaufe die Nutzerdaten und damit ist die Privatsphäre nicht mehr gegeben. Oder ich verlange einen Betrag pro Monat. Dafür brauchen die Leute ihre Privatsphäre nicht aufgeben. Das ist eine schwierige Entscheidung. Das heißt, selbst wenn wir alle Bedürfnisse der Benutzer kennen, ist es immer noch ein großer Schritt, ein intellektueller Schritt, aus den Bedürfnissen ein neues Design zu entwickeln. Und so ein Design steht im Allgemeinen nicht allein, sondern so ein Design ist immer im Kontext von einem Produkt, von einer Produktentwicklung. Die Bedürfnisse, und das ist hier ein Beispiel aus dem Buch About Faith von Alan Cooper, aber die Bedürfnisse sind zentral. Hier der erste Punkt, was Leute möchten, what do people desire. Wir müssen verstehen, was Leute möchten. Wir müssen aber auch gleichzeitig verstehen, was uns wirtschaftlich möglich ist, was wirtschaftlich Sinn macht. Und als dritten Punkt, was wir technologisch überhaupt umsetzen können. Und nur wenn alle drei Punkte gegeben sind, dass es die Leute möchten, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist und dass wir in der Lage sind, es zu bauen, dann wird ein erfolgreiches Produkt daraus. Eins allein reicht nicht aus. Noch zusammenfassend, es reicht nicht aus, die Benutzer zu fragen, welche Bedürfnisse das haben. Das reicht nicht aus, um ein Design zu entwickeln. Menschen haben grundlegende Bedürfnisse, die wir auch kennen. Und es gibt Theorien der Bedürfnisse, wie zum Beispiel die Bedürfnispyramide nach Maslow. Der Task-Artefakt-Cycle beschreibt, dass eben Bedürfnisse nicht statisch sind, sondern dass Bedürfnisse sich mit den Technologien weiterentwickeln und dass wir mit Technologien neue Bedürfnisse schaffen und mit neuen Bedürfnissen Technologien schaffen. In der echten Welt, wenn wir Produkte bauen, ist es im Allgemeinen so, dass wir nicht alle Bedürfnisse, die die Benutzer artikulieren, befriedigen können, sondern wir müssen irgendwelche, wir nennen es Trade-offs, wir müssen herausfinden, welche Bedürfnisse sind wichtiger und eben einen Mix aus Bedürfnissen, aus Bedürfnisbefriedigung realisieren. Und es ist essentiell zu verstehen, was die Bedürfnisse der Benutzer sind, aber es reicht noch nicht aus, um ein erfolgreiches Produkt herzustellen. Hier sind einige Fragen. Wenn Sie die beantworten können, haben Sie verstanden, was in dem Kapitel ist. Hier Referenzen auf Aufsätze, auf die wir uns in dem Kapitel beziehen. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Vielen Dank.